Wir Menschen zwischen 18 und 65 reagieren, wenn man uns Aufmerksamkeiten in Form von Werbeartikeln vor die Nase hält, auf ganz bestimmte Art und Weise. Unser inneres Kind schreit, das will ich haben, jetzt, sofort und gleich, während unser sozialisiertes Ich noch zögert. Darf ich das überhaupt annehmen? Ein guter Werbeartikel liefert jetzt sofort die passende Legitimation, warum es mir nicht peinlich sein muss, diesen auch sofort anzunehmen. Wow, das passt ja genau zu mir. Woher wussten die das? Das ist richtig nützlich, kann ich echt gut gebrauchen. Nachhaltig, hochwertig, langlebig und kultiviert, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Aber ganz gleich, welche Story wir uns selbst erzählen, wichtig bleibt festzuhalten, für Werbeartikel gilt die übliche Werbelogik nicht. Die wollen mir was verkaufen, was ich gar nicht gebrauchen kann.